Ja, wie geht er da? Da sind wir auf der Wand 4, die Vorlaufstelle zur 8,35 Sekunden für die vielseitige Weltmeisterin aus der Hinsicht, Sinti Oleda. Die Weltmütter, die World Center, Sinti Oleda bei der WM, die alle Europameisterin auf der Wand 5, und die Vorjahrezieherin aus Weißrussland, Anida Tadai. Da sind die Weltmüttermeisterin aus dem USA, Mia Auri. Auf der Sieg, die dritte der alten Europameisterschaften aus der großen Italien, Silvika Solomont. Und die freundliche Meisterleute der WM, die 23 Vize-Europameisterin Karolina Kolitschek. Das ist das Final, 60 Meter der Frauen, präsentiert vom Sportland NRW. Auf der Sieg. 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Das ist ein 16-Jähriger gefahren, mit Südtirol, Nieder! Hey! Good job! 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 Easy! Okay! 29 points in the shot! Well, 29 points in the shot! Another win for you, Nieder! This is your applause again! Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! This seems like a perfect moment to work for you to work for the middle of this. Or… Why are you going to pass? Because I'm going to compete in the world. Vielen Dank.